Herr Bundesminister Maas, die Veranstaltung, die wir heute in Bremen begehen, ist gemeinsam oder einsam Europa in einer unsicheren Welt. Die Gemeinsamkeiten in Europa nehmen ab. Wie lassen Sie sich denn wiederherstellen? Wo ist die europäische Idee? Ich glaube, es geht nicht nur um die Idee, denn die haben wir in den Grundwerten der Verträge zur Europäischen Union festgelegt, sondern ich glaube, es geht darum, im Moment eine europäische Kultur zu entwickeln, dass wir nicht Objekt der Weltpolitik werden, sondern dass wir Subjekt der Weltpolitik sein wollen, dass wir als Europa uns gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber Russland als auch gegenüber China verhalten. Und dazu müssen wir einiges verändern. Es kann nicht sein, dass wir etwa in der Außenpolitik so oft nicht in der Lage sind, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln, dort gilt das Einstimmigkeitsprinzip und das könnte man schon mal dadurch verändern, indem man sagt, wir werden in Zukunft in der Außenpolitik, denn Europa muss außenpolitikfähig werden, gerade in der Situation weltpolitisch, in der wir uns befinden. Da muss man in Zukunft mit Mehrheit entscheiden. Aber gemeinsam in Europa heißt ja auch gemeinsam und wir stehen möglicherweise kurz vor einem harten Brexit. Die Stimmung in Europa ist nicht überall so europäisch, wie Sie es beschreiben. Wie kommt man da aus der Defensive als Europäer? Ich glaube, ehrlich gesagt, in Großbritannien gibt es mittlerweile doch den einen oder anderen, der vielleicht selber zu der Überzeugung gekommen ist, dass der Brexit nicht die beste Idee gewesen ist. Einer oder anderer reicht ja nicht. Nee, aber gut, aber letztlich ist das dort entschieden und das müssen wir auch respektieren und ich glaube auch nicht mehr daran, dass sich daran noch viel verändern lässt. Aber Sie rechnen mit einem harten Brexit? Nee, nicht mit einem harten Brexit, aber wir gehen davon aus, dass der Brexit kommt. Ich glaube, es deutet sich jetzt doch zunehmend an, dass es einen geregelten Brexit geben wird. Dennoch bereiten wir uns auch für den Fall der Fälle vor, dass der harte Brexit kommt. Dafür machen wir viele Gesetze, die zurzeit erarbeitet werden im Kabinett, die zum Teil im Bundestag schon beraten werden, um auf diesen Fall vorbereitet zu sein. Aber ich glaube, am Schluss, wenn der Brexit kommt, dann wird es einer sein mit einem Abkommen, der geordnet über die Bühne geht, also mit zwei Jahren Übergangszeit, sodass vieles von dem Chaos, das man in den letzten Wochen befürchten musste, dann doch nicht eintreten wird. Sie haben sich ja auch schon kritisch über den Zustand der deutsch-amerikanischen oder europäisch-amerikanischen Beziehungen geäußert. Wie dauerhaft ist eigentlich der Schaden, der durch die neue Außenpolitik der USA entsteht? Das ist schon etwas, was uns im Moment schwer beschäftigt. Wir kennen das nicht, dass in den Vereinigten Staaten Strafzölle gegen europäische Stahlprodukte oder Aluminiumprodukte verhängt werden, dass Strafzölle auf europäische Fahrzeuge in den USA angekündigt werden. Ich glaube auch nicht, dass das geeignet ist, mittel- und langfristig die amerikanischen Interessen zu wahren. Abschottung und Protektionismus schadet am Schluss allen Beteiligten. Sehen Sie das als Phase oder als einen dauerhaften Schaden, der da eintritt? Also diese Strafzölle kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine dauerhafte Situation bleibt. In der Außen- und Sicherheitspolitik ist es oftmals so, dass wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wenn die Amerikaner sich aus Syrien zurückziehen oder aus Afghanistan dies ankündigen. Das ist alles nicht gut, das kann auch nicht so bleiben. Wir arbeiten auf jeden Fall daran, dass das nicht das Endstadium der transatlantischen Partnerschaft ist, sondern dass wir uns darum bemühen, Stück für Stück. Denn es gibt immer noch viel mehr Gemeinsamkeiten mit den Vereinigten Staaten als Dinge, die uns trennen. Aber dass wir auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, zur Normalität zurückkehren. Ich glaube nicht, dass alles wieder so sein wird, wie man sich das vielleicht vor zehn Jahren noch hatte. Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Wir müssen uns in der Situation als Europäer aufstellen und nicht einer alleine. Denn kein Land in Europa, auch nicht Deutschland, wird in der Lage sein, seine Werte und Interessen gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber Russland oder gegenüber China alleine durchzusetzen. Sondern wir müssen in diesen Fragen als Europäer agieren. Und das ist ein Prozess, in dem wir uns im Moment befinden, der an der einen oder anderen Stelle aber tatsächlich schmerzhaft ist. Auch in Europa, nicht alle ziehen in Europa an einem Strang. Es ist sehr schwer, da eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Oder sehe ich das falsch? Nein, das ist auch ein Prozess, der stattfindet, der auch nicht von heute auf morgen geht. Und es ist auch tatsächlich so, dass natürlich, man merkt das ja auch im Verhältnis mit Russland oder mit China, dass versucht wird, einzelne Mitglieder der Europäischen Union je nach ihren Interessen in Anführungszeichen rauszukaufen, um eine gemeinsame europäische Haltung unmöglich zu machen. Und weil die natürlich alle wissen, wenn die Europäer gemeinsam auftreten, sind sie eine Macht. Und deshalb liegt es eigentlich in unserem eigenen Interesse, uns in so vielen Fragen wie möglich europäisch zu committen, um das auch gegenüber Dritten mit einem Mindestmaß an Power auch durchsetzen zu können. Das ist eine ganz entscheidende Frage, glaube ich, wenn wir die nicht richtig beantworten. Dann werden wir am Schluss wirklich nur noch ein Objekt der Weltpolitik sein, ein Spielball in einer tripolaren oder multipolaren Welt. Und das kann eigentlich nicht das Ziel in Europa sein. Lassen Sie uns noch auf Ihre Partei, die SPD, zu sprechen kommen. Wie kann die SPD zu alter Stärke zurückgewinnen? Hier in Bremen droht sie gerade nach 70 Jahren das erste Mal die Mehrheit zu verlieren. Wie macht man die SPD, Ihre Partei, wieder stark? Naja, das wollen wir mal abwarten, wie das in Bremen ausgeht. Ich glaube, dass die SPD oder dass die Menschen, die für die SPD erreichbar sind, erst mal wollen, dass die SPD natürlich auch ein gefestigtes soziales Fundament hat. Und das ist, glaube ich, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren für viele nicht mehr erkennbar gewesen. Deshalb ist das, was zurzeit in der Bundestagsfraktion und auch im Parteivorstand gemacht wird, die Themen Grundrente, Respektrente, die Dinge, mit denen wir uns da auseinandersetzen, außerordentlich wichtig, um dieses Fundament noch einmal zu haben. Ich glaube, das ist die Pflicht für die SPD. Das, was darauf kommt, ist dann die Kür. Und das kann auch nicht alles sein. Aber ich glaube, der Weg, den wir in den letzten Wochen eingeschlagen haben, ist ein richtiger. Man darf nicht von heute auf morgen erwarten, dass das alles so wird, wie wir uns das eigentlich wünschen. Das wird nochmal ein Prozess werden. Aber das sind ja auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung oder auch das, was man an den Umfragen ablesen kann. Das ist ein Prozess, der jetzt in Gang gesetzt wird. Da muss die SPD an bestimmten Bereichen als eine Partei, die insbesondere das Thema soziale Gerechtigkeit, denn dazu gibt es viel zu tun in Deutschland, in den Mittelpunkt ihrer Politik stellt. Und auf den Weg haben wir uns jetzt auch aufgemacht. Sie haben ja lange Jahre mitregiert als SPD. Also das, was an sozialer Gerechtigkeit fehlt, fehlt ja auch dank der Bundesregierung unter Beteiligung der SPD. Na ja, wir stellen ja fest, dass sich die Welt um uns herum permanent verändert. Es ist ja nicht so, dass man eine Situation schafft und davon ausgehen kann, dass in einer so rasant sich verändernden Welt, die globalisiert wird, die digitalisiert wird, alles beim Alten bleibt. Und deshalb gibt es da noch eine Vielzahl von Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Und es wäre ehrlich gesagt auch ganz schlimm, wenn die Sozialdemokratie ihren Auftrag erledigt hätte und sich damit selbst überflüssig gemacht hat. Und deshalb gibt es insbesondere bei den Themen Renten, bei den Themen Arbeitnehmerrechte eine Vielzahl von Dingen, um die wir uns kümmern müssen, um die, bei denen wir auch jetzt noch einmal festgestellt haben, dass die Rahmenbedingungen sich in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft in den letzten Jahren noch einmal maßgeblich verändert haben, auf das man Antworten darauf braucht. Also zurück zum Markenkern und Agenda 2010 in die Geschichtsbücher. Ist das so die Kurzformel? Ja, Agenda 2010, 2010 ist schon lange vorbei. Also diese Diskussion finde ich wirklich teilweise ein bisschen lustig, dass wir uns mit der Agenda 2010, das liegt jetzt fast zehn Jahre zurück, wir kommen nächstes Jahr ins Jahr 2020. Also wir müssen nach vorne blicken. Und diese selbst zerfleischenden Debatten innerhalb der SPD helfen uns dabei auch nicht weiter. Die Agenda 2010 hat Dinge, beinhaltet Dinge, die sich positiv ausgewirkt haben, es sind aber auch Dinge, die schwierig gewesen sind und die man dann auch in der Lage sein muss zu korrigieren. Aber da so eine Konstanz draus zu machen, ob man für oder gegen die Agenda 2010 war oder ist, ich glaube, das geht völlig an den Bedürfnissen der Menschen heute vorbei. Wie stabil ist denn die Große Koalition, der Sie angehören? Also ich finde, die ist stabil. Also im letzten Jahr hatte ich da auch so meine Zweifel an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, alle Beteiligten sind sich darüber klar, dass die Leute von uns erwarten, dass wir vernünftig regieren und uns weniger mit uns selber beschäftigen. Und im Übrigen im letzten Jahr die größten Probleme hat es gegeben, weil die CDU und die CSU sich insbesondere miteinander beschäftigt haben. Aber auch das scheint mir mittlerweile überwunden zu sein und deshalb befinden wir uns jetzt in einer Phase, in der jeder versucht, das verlorengegangene Vertrauen aus den letzten Monaten wieder aufzubauen. Das ist auch bitter nötig. Und die Große Koalition hält dann auch bis zum Ende der Legislaturperiode? Also wir sind bis zum Ende der Legislaturperiode gewählt. Wir haben uns einen Koalitionsvertrag gegeben, der so viel beinhaltet, dass wir auch noch viel Zeit brauchen, um das alles abzuarbeiten. Und deshalb glaube ich, dass diese Koalition länger hält, als viele in den letzten Monaten in den Medien geschrieben haben. Und dass sie auch bis zum Ende der Legislaturperiode hält. Wie sind Sie heute nach Bremen gekommen? Mit dem Zug. Nicht mit der Luftwaffe? Nee, nicht mit der Luftwaffe, sondern mit dem Zug. Geht auch schneller. Geht schneller und hat auch keine Pannen. Nee, hatte keine Pannen, aber witterungsbedingt doch einiges an Verspätung, sodass wir irgendwie den Zug nochmal wechseln mussten. Aber das sind auch Strecken von Berlin nach Hamburg und auch die Weiterfahrt nach Bremen. Das ist im Übrigen nicht nur aus logistischen Gründen, glaube ich, die sinnvollere Alternative. Es wäre auch ein bisschen komisch, wenn man hier zu einer Konferenz fährt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und man sich dann mit einem großen Flieger einfliegen lässt, von Berlin nach Bremen. Also es gibt hier gute Anbindungen mit der Bahn und die haben wir heute auch genutzt. Ich spiele natürlich an darauf, dass Sie in Afrika liegen geblieben sind. Das ist für Sie das erste Mal gewesen nach langer Strecke, aber für andere Mitglieder der Bundesregierung nicht. Muss da bei der Flugbereitschaft was passieren? Ist da irgendetwas grundsätzlich falsch und muss geregelt werden? Naja, ich glaube, dass einfach ein paar neue Maschinen angeschafft werden müssen, denn teilweise sind die, mit denen wir fliegen, schon sehr alt. Ich selber kann mich wirklich nicht beklagen. Also auch wenn das immer großes Bohai gibt, wenn man da liegen bleibt und das auch nicht schön ist, ehrlich gesagt. Aber ich bin 300.000 Flugkilometer jetzt in einem Jahr geflogen mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr ohne irgendeine Panne. Also wenn ich in der Zeit zivile Flugzeuge genutzt habe, ist öfter mal was dazwischen gekommen. Und dass es da Erneuerungsbedarf gibt im Flugzeugpark, der Luftbereitschaft, das ist auch schon in die Wege geleitet. Es werden neue Flieger angeschafft, die im Übrigen auch sehr zügig zur Verfügung gestellt werden können. Und deshalb gehe ich davon aus, dass man das auch Stück für Stück in den Griff kriegen wird. Alles klar, vielen Dank. Ich wünsche eine pünktliche Heimreise. Danke, gerne. Danke, gerne.